Heute beschäftigen wir uns mit der quadratischen Ergänzung. Die quadratische Ergänzung kann man in vielen Sachen anwenden, zum Beispiel zur Berechnung quadratischer Gleichungen, zur Bestimmung von Nullstellen quadratischer Funktionen, was ja im Endeffekt auch eine quadratische Gleichung ist, oder zum Aufstellen der Scheitelpunktform quadratischer Funktionen. Wir machen das Ganze jetzt mal an einem Beispiel. x² plus 8x minus 9 ist gleich 0. Ihr kennt das schon, der erste Schritt ist erstmal die 9 auf die andere Seite zu bringen. Und jetzt kommt die quadratische Ergänzung ins Spiel. Dazu schauen wir uns die Zahl vor dem x an. Das nennen wir mal p-Wert. Und die quadratische Ergänzung ist dann p halbe zum Quadrat. In unserem Fall wäre das also 8 halbe, also 4 zum Quadrat. Und 4 zum Quadrat ist 16. Ich ergänze also auf beiden Seiten der Gleichung plus 16. Ich kann dann die linke Seite zu einer binomischen Formel zusammenfassen. Und wie das zusammenhängt mit der binomischen Formel, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also, ein kleiner Exkurs zu den binomischen Formeln. Ihr kennt alle die erste binomische Formel. In Klammern a plus b zum Quadrat ist a² plus 2ab plus b². Wie kommt es dazu? a plus b zum Quadrat ist nichts weiter als a plus b mal a plus b. Wenn ich das ausmultipliziere, rechne ich also a mal a sind a², a mal b sind ab, b mal a sind auch ab und b mal b sind b². Das kann ich ein bisschen zusammenfassen. Das sind dann also a² plus 2 mal a b plus b². Schauen wir uns das bei unserem Beispiel noch einmal an. Wir haben also x plus 4 zum Quadrat. Das ist das gleiche wie x plus 4 mal x plus 4. Ich rechne also wieder x mal x sind x², x mal 4 sind 4x, 4 mal x sind auch 4x und 4 mal 4 sind 16. Das kann ich wieder zusammenfassen zu x² plus 8x plus 16. Und wenn wir jetzt mal schauen, diese 4 hier oben ist genau die Hälfte von 8, also genau p halbe. Und die 16 am Ende sind diese p halbe quadriert. Und das ist das, was wir in unserer Gleichung angewendet haben. Ihr seht also, x² plus 8x plus 16 ist das gleiche wie x plus 4 zum Quadrat. Daraus ziehen wir jetzt die Wurzel. Die Wurzel aus einem Quadrat bleibt also x plus 4 und die Wurzel aus 25 ist 5. Und nicht vergessen, wir haben zwei mögliche Lösungen für die Wurzel, plus minus 5. Das heißt, wir haben auch zwei Gleichungen. Das ist 1 plus 4 gleich 5 und x2 plus 4 gleich minus 5. Auf beiden Seiten ziehen wir die 4 ab. Führt uns zu den beiden Lösungen. x1 ist gleich 1 und x2 ist gleich minus 9. Unsere Lösungsmenge ist also minus 9, 1. Jetzt gucken wir uns das nochmal für die zweite binomische Formel an. Auch dazu ein Beispiel. x² minus 14x plus 13 gleich 0. Der erste Schritt, wie immer, ich bringe die 13 auf die andere Seite, rechne also minus 13. Dann habe ich x² minus 14x gleich minus 13. p ist also in dem Fall minus 14 und p halbe zum Quadrat sind dann minus 7 zum Quadrat, also 49. Ich muss also auf beiden Seiten die 49 ergänzen. Das heißt also, wenn ich das jetzt wieder zusammenfasse, habe ich x minus 7 in Klammern zum Quadrat, meine passende binomische Formel und auf der rechten Seite 36. Daraus ziehe ich wieder die Wurzel und bekomme dann zwei mögliche Lösungen. x minus 7 gleich plus 6 und x minus 7 ist gleich minus 6. Und auch dort forme ich wieder um. In dem Fall müsste ich plus 7 rechnen und erhalte als erste Lösung x1 gleich 13 und als zweite x1 gleich 1. Meine Lösungsmenge ist also 1,13. Habt ihr jetzt noch Fragen? Wenn ja, dann schreibt mir diese bitte gerne in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst mir doch bitte gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und lasst die Glocke klingen. wenn ja, dann lasst mir doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank.